Okay, ich bin Crewmate und wir spielen hier eine neue Folge Among Us natürlich wieder. Erste Aufgabe ist natürlich wieder im Reaktor-Mittel. Und zwar, wir spielen heute Among Us, aber mit richtig krassen Impostern. Die können sich verdoppeln, die können sich in einen anderen verwandeln, die können die Leichen irgendwo anders hinstecken. Also, richtig krass. Ui, 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 Phil. Ich war dann nicht mal fertig, die ganzen Sachen zu erklären. Ich habe gerade die Leiche auch nicht gesehen. Ich hatte nur den Report-Button. Dann wurde der rumgetragen. Logo, warum votest du? Weil ich immer noch am Prinzip betäuscht bin. Ich habe Phil auf jeden Fall auf der rechten Map-Seite gesehen. Ich bin am Anfang mit ihm rumgelaufen. Du hast ihn also getragen. Das wissen wir ja nicht. Wir wissen gar nicht. Er wurde rumgetragen und dann sagst du, du bist mit ihm rumgelaufen. Wo hast du reportet? In Edmund, wo ihr gerade alle standet. Aber Lisa, auf zu essen. Ich finde, wir haben gar keine Ahnung. Wir sollten skip. Skip Makrene. Deine Satte ist an. Wann sagst du sowas? Genau, das ist zart. Aber man weiß ja, wo man den Report-Button gedrückt hat. Ja, aber ich habe Fabi da rauslaufen sehen. Oh, wie das Platz sich wendet. Ich stand da in Stowage aber auch 10 Sekunden vorher schon. Effekt. Wirklich. Komplette Ops-Name. Oh Mann, ich habe vergessen, Ben zu voten. Ich habe Ben auch gevotet. Ja, also das ist wirklich das Schlechteste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich habe den Vote verdeckt. Okay, äh, das war nix irgendwie. Ben steht hier so komisch rum. Ui, 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 ui. Den werde ich hier erst was hassen, den Jungen. Okay, haben sie erledigt. Fabi kam von da. Tim macht seine Aufgabe. Ben chillt und hat jetzt erst angefangen. Okay, stabile Leistung. Wir haben was zu downloaden. Fertig. Äh, Navigation gucken wir mal. Niemand ist in Camps drin. So, upsala. Äh, zack, 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 zack. Okay, dann gucken wir mal an Admin. Lisa ist da. Oh. Mein Kopfball unaktivated. Ich wollte eigentlich Ben's hassen, weil er am Anfang voll komisch da rumstand. Ja, also, die Kills sind in Electrical passiert. Und zwar während Tim mit mir in Admin war. Und es war ein, äh, ein Double Kill in Electrical. Mhm. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Lisa dorthin kam. Ich war bei Navigation. Das kann ich eigentlich prüfen, weil Elina bei mir vorbeigekommen ist in Weapons, als ich da den Upload gemacht habe. Ich bin an Electrical vorbeigegangen und hab Lisa aber auch gesehen. Ah, kannst du ja wieder umgekehrt sein. Es waren vier Leute dort drin. Also, ich war da auch drin, aber ich weiß gar nicht mehr. Also, Lisa war auch auf jeden Fall da, aber ich weiß nicht, wie lange das her ist. Tim hat auf jeden Fall, ähm, in Admin gestanden zu der Zeit. Chris auch. Warte, wer ist nochmal gestorben? Ben und Ben. Ben und Logo. Das war ein Double Kill. Das ist auch tot, Leute. Die liegen beide in Electrical. Das ist doof. Und ich bin an Ben auf dem Gang vorbei eingelogen. Also, ich würde auf jeden Fall erstmal Elina, Chris und mich prüven. Mhm, genau. Oder, Chris? Wir beide können uns ja auf jeden Fall prüven, weil wir ja in Admin waren. Wir zwei können uns prüven, dass wir... Aber Leute, zwei bringen gar nichts, weil es ein Zweifel passt. Ich kann Elina prüven, weil sie in Weapons an mir vorbeigerannt ist, als ich da gerade hier diesen Upload, Download-Kack hatte. Ich kann gar keinen prüven. Ich kann nur sagen, dass Lisa in Electrical gesehen hat. Ja, keine Ahnung, ja. Fabian gehört sich ja auch in Electrical. Zwei von euch dreien sind es, ne? Ja, ich hab mich auch alle gesehen, aber... Ich glaub eh, dass es noch Fabi ist, aus dem Pauschalverdacht heraus, von Lisa vorhin. Ja, das war alles so ein Verdacht. Weil ich vor Admin statt... Was, fuck? Weil ich vor Admin... Ja, danke. Perfekt. Sorry, Fabi, echt. Hör ich? Hä? Das ist schlecht. Aber warum... Ey, drei Apfel, das ist ein frecher, Lisa. Ich lauf hier gerade die ganze Zeit nur vor Leuten weg. No joke. Perfekt, Elina. Danke für den Hinweis. Oh, hoppla. So, ich glaube, da müssen wir noch mal drüber reden. Worüber? Ja, über das Voting-Verhalten gerade, ne? Ich würde halt mal gerne sehen, warum ich gevotet werde, nur weil Lisa mich vor Admin stehen hat. Ich kriege jetzt zwei Runden, drei Votes, nur weil Lisa mal ganz kurz hier einen Call raushaut. Ihr beschuldigt euch halt gegenseitig, ne? Ne, ich hab niemanden beschuldigt. Du hast halt Fabi gekallt. In der ersten Runde hast du Fabi gekallt. Ich hab nur gesagt, dass er da rausgelaufen ist. Wer hab ich nicht gesagt? Da hab ich ihn sogar nicht mehr gevotet. Ich hab gar nicht rausgelaufen. Ich stand davor doch schon draußen. Aber wer hat denn gerade alles Fabi gevotet? Ich hab ihn gevotet, aber nur weil Leute nicht voten und das war auch echt mein Glück. Also hast du Lisa gevotet? Ich habe Lisa gevotet, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass während der Double Kill dort passiert ist, waren vier Leute Electrical und ich weiß, dass Lisa mir dann entgegengekommen ist. Und Gambo hat sich auch für Lisa entschieden, obwohl Fabi und Lisa zur Debatte standen. Ja, weil Gambo und ich haben ja Lisa mit in Electrical gesehen. Ja, und da bin ich rausgegangen. Ich muss sagen, ich fand den Call von Fabi, also dass das Fabi eben war, ein bisschen random von Lisa. Das hab ich ja nicht mal gesagt! Ja, ne, ist okay. Aber es hat dazu geführt, dass Fabi drei Votes kassiert hat. Danach hab ich Lisa noch in Electrical gesehen und das war Punkt 2. Ich wollte gerade sagen, ich hab eigentlich auch nicht gesagt, dass Lisa das jetzt sei. Ich hab nur gesagt, ich hab Lisa in Electrical gesehen. Ich hab mehr nicht gesagt. Aber ich musste ja Lisa voten, weil ich wusste, alle anderen voten jetzt wieder mich. Also das Problem ist, wir müssten es voten und auf jeden Fall einen Posto irgendwie rausgekriegen. Das Ding ist... Weil wenn nicht, machen die einen Double-Killer und haben wir verloren. Genau. Aber Chris, ich weiß ja die ganze Zeit... Und wen voten wir jetzt? Getötet? Nein. Hab noch die Quests gemacht. Ich bleib nach wie vor bei Lisa. Es ist Stromzusammending zu nah. Und jetzt hab ich keine Quests mehr. Lisa, ich trau dir nicht. Das Ding ist, das Ding ist, bei Lisa ist so, weil wenn sie, ähm, sie hat ja gesagt, sie hat die Leiche am Anfang nicht gesehen. So, und das war irgendwie... Lisa! Ja, Lisa. Sorry. Okay, ich bin jetzt sicher safe gemutet, aber, äh, bei Communication... Nein, da kommt jemand. Boah, die Aufgaben schaffen wir halt nicht. No joke. Da kommt jemand, oder? Oh, ich wollte, ich wollte... So eine schöne Runde hier. Ich hab's nur noch nicht gehört. Ja, das ist mir das. Uh, girly brunnen! Nice! Wir müssen... Keine Ahnung. Okay. Äh, wir haben hier nämlich ganz viele Aufgaben zu tun jetzt. Ähm, ich würde sagen, wir stellen uns irgendwo... Hier hin? Nee, hier hin? Okay. Und dann können wir jetzt eine Decoy machen. Zack. Und dann killen wir jetzt. Oh, 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 oh. Ah, ich steh da einfach rum. Oh, oh. Den hab ich gerade noch bei Edmund gesehen. Ich glaube, das ist Chris. Phil, ich habe mal eine Frage. Ich hatte in Storage einen Gambo vorbei, der dann eine Aufgabe gemacht hat und vor Electrical liegt die Leiche auf dem Farb. Phil, warum standest du unten einfach nur so da? Weil der ist wieder geklommen. Der stand einfach nur rum, wo ich zum Auto gelaufen bin. Ich musste was fixen. Nein, ich bin's wirklich nicht. Was musst du in Among Us in der Runde fixen? Der ist noch die Dateien runterladen. Ich mach mich auffällig, ich weiß es, aber ich bin's diesmal wirklich nicht. Ich kann den Snip sehen. Uh, jetzt wird's aber interesting. Hat irgendjemand hier was Wertvolles beizutragen? Also, ich habe unteres Oxygen gefixt, Ben und Lisa haben das obere gefixt. Lisa hat ewig gebraucht für den Code. Nee, ich bin ja gerade angekommen. Nein, ich bin an dir vorbeigelaufen. Du warst gerade in Storage an der Aufgabe. Dort an dieser, was sind das, wo man die Kabel dort an der Ecke links, Am Eingang. Am Eingang links. Und von dort aus bin ich Richtung Electrical und hab vor Electrical Fabian gefixt. Also wissen wir nichts. Bist du nicht mit mir und Fabian aus Electrical rausgelaufen? Ich war, stimmt, ich war, ich war da, ja stimmt. Ich war mit Fabian Electrical. War da noch jemand? Dann bist du's ja oder nicht? Also ich wollte reinlaufen und dann ging Auto los. Und dann bin ich wieder raus. Ja, ich auch. Gleichzeitig. Aber dann bin ich auch raus. Aber du bist oben rum, oder? Nee, ich bin unten. Nee, weil sonst hättest du ja viel aufgesehen. Ähm... Boah, ich weiß noch. Ich hab auch wirklich ein löchriges Gehirn, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob ich oben oder unten lang bin. Aber du hast doch so ein fettes Gehirn, ne? Ja, ist alles nur, alles nur fake. Ist drangeklebt, was soll ich sagen. Wenn ich jetzt rausgewortet werde, kriegt ihr alle ne Schelle. Ha, gleichzeitig. Phil, wir sind Bizepsbruders. Danke, dass du dich gerettet hast. Bruders. Okay, ich weiß, was ich jetzt machen möchte. Oh, ich kann ein Sample machen. Wie geil. Boah, das mach ich. Das mach ich jetzt. Okay, ich bin jetzt ein Sample. So, dann sample ich mich jetzt. Oh Gott, ich hab ja... Ich hab ja... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja echt doof jetzt. Ups. Oh nein. Logo? Ich kann das, ich kann das erklären. Logo, da stand da auch... Erstens, am Ende hab ich mich noch bewegt. Und zweitens bin ich gerade auf Envato unterwegs im Suche. Ja, er hat geswitcht. Für ne Gerichtsansprache. Aha. Das klingt wirklich wahrscheinlicher, als es klingen sollte. Das kann ich auch sofort beweisen, weil ich kann mit einem Klick was abspielen. Das bedeutet, ich bin was am Suchen gewesen. Man, dass wir hier mal Auremonga spielen eigentlich, Logo? Mann, ich hatte vorhin, mein Job wurde mir kaputt gemacht. Weil ich wollte, das kann ich ja jetzt erzählen. Ja, weil ich bin ja so gesasst. Ich wollte vorhin, dass ich dann gesasst werde. Und dann wollte ich sagen, ich bin gar nicht Logo. Ich bin ein französischer Kunstsammler. Wegen meiner Sonnenbrille und meinem schmucken Schal. Es gibt ja nur einen Franzosen in der Runde und das ist das letzte. Halt, die... Aha, Bill? Sorry. Ja, dieser Wind hat halt einen Background. Ja, also wir wissen immer, also wir sind vom Prinzip her aber auch kein Stück weiter gekommen, korrekt? Ich hab niemand gestorben. Ich hab fast alle Aufgaben erledigt. Ich weiß nicht, wer hier so lahmarschig ist, aber macht mal ein bisschen mehr Sport. Ich hab noch eine einzige Aufgabe mich durch. Ich besteht so 50% aus Donuts. Ja, ich hab zwei Aufgaben in Elektrikel. Ich würde auf Logo immer noch warten. Ja, und Chris. Ja, genau. Jetzt hat jeder einen anderen Namen gesagt. Perfekt. Boah, ich krieg das jetzt... Oh man, ich krieg das echt nicht hin. Boah, ich krieg das alles. Ach so... Buh! Lina? Hahahaha! Hahahaha! Lina? Äh, äh, äh. Elina? Du weißt schon, dass ähm, dein... ...Assassin nicht ewig geht. Oh man! Das hat 5 Sekunden, ich hab das gesehen. Ja, das hab ich auch einmal rausgeguckt. Scheiße. Lina mit ihr nur Pipi. Ey, ich use die, wirklich. Ich war richtig verwirrt, als ich auf der Kamera mich selber rumriffen habe. Wer votet mich von euch Hobbylosen? Also Lisa. Du Dreckige, ey. Ja. Boah, das geht auch besser. Ich glaube, Lisa ist es... Hä, was? Ja, das sah mir sehr gefaked aus mit der Task da im Bett. Ich hab vor dir rumgetanzt, Ben. Ja, hast du schon alle Aufgaben? Nee. Das sah mir schon nach einem Fake-A-Rino aus. Ey, sag ich, wie es ist, Lisa? Und dann habe ich ein bisschen Panik bekommen, weil die mir dann hinterhergerannt ist. Deswegen dachte ich, dass du weißt, dass ich es weißt und dass du nicht rippen willst. Ja, klar. Ist niemand gestorben in der Runde, ne? Nee. Also es ist grüß. Ja, genau. Nee, Chris hat schon lange mich umgebracht. Also, dass Lisa noch lebt, ist der beste Beweis, dass ich es nicht bin. Das ist eigentlich auch der Beweis, dass es Lisa sein muss. Ah, ja. Genau der richtige Beweis. Ich glaube, du bist es. Und ich wäre, glaube ich, rechtbar. Ah, ja. Guck dir meinen Kopf an. Da ist so viel Wissen drin auf jahrelange Among Us-Erfahrung. Du meinst, dass du aus deinem jahrelangen Jurastudium laufen willst. Ja, mein Kurzzeit-Gedächtnis hat halt unter dem ganzen Muskelaufbau gelitten. Mein Gott. Einfach Höhenmassen. Kann mich gerade nicht richtig entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Ich sag mal so, wenn es Lisa nicht ist und wir wollten sie falsch raus, dann verlieren wir ja auch nichts, oder? Man kann ja mal reintippen, so sag ich mal. Wenn wir sie clean umbringen und sagen dann, wir verlieren ja nichts. Ja, wir verlieren doch von mir nichts. Wir leben noch, die Crewmates stehen ja sehr gut da. Wir sind ja noch voll viel und Elina war ja safe im Poster. Ja. Danke, stark. Danke für das Vertrauen, Leute. Schade, wenn sie es jetzt nicht war. Aber dann bitte nicht mich rausworten. Dann war das ein Unfall und Unfalle passieren. Oha. Es war einfach nicht so. Oh, nein. Endlich lag ich mal richtig. Bis zum nächsten Mal.